Die neue Staffel Bauer sucht Frau ist in vollem Gange. Während es bei einigen LandwirtInnen bereits auf dem Scheunfest ordentlich geknistert hat, springt der Funke bei anderen erst in der Hofwoche über. Wieder andere merken erst während ihrer gemeinsamen Zeit auf dem Hof, dass sie im Alltag doch nicht zusammenpassen. Nicht selten gehen die Vorstellungen der KandidatInnen, wie es auf dem Bauernhof abläuft und die Realität zu weit auseinander. Und auch in diesem Jahr scheint die Liebessuche im TV für ein Paar gescheitert zu sein. Inka Bause verrät in der Vorschau zu Folge 3, dass ein Paar seine Liebesreise vorzeitig abbricht. Um welches Paar es sich handelt, behält die Moderatorin jedoch für sich. Die Auflösung gibt es in Folge 3, die am 27. November ausgestrahlt wird. Alle ZuschauerInnen, die sich nicht so lange gedulden wollen, können die Auflösung bereits eine Woche vorab im Stream auf RTL Plus sehen. Aosgroup. PetLof. . . .